Deswegen würde ich sagen... Lärmst du dich auf? Nee, ich. Komm mal rein. Was ist die Strafe? Ich habe meintens ja dann alles davon gemacht. Ich habe dich zugestürzt, aber ich darf den Kasten kommen. Wir haben drei Minuten. Drei Minuten geschafft. Drei Minuten geschafft. Drei Minuten geschafft. Alter, ich rutsch so leicht aus. Dann bleibt doch stehen. So. 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 Was ist ein unfraweeder Ballons? Nein! Mein erstes Mal. Ich reufe dir, was dir Flight accurate sind jetzt in der Ecke? Wir haben zwölf Minuten hinter uns. Zwölf erst? Ja. Wir sind kurz vor dem Aufgeben. Nein, nicht Aufgeben, weiter texten. Wir sind kurz vor dem Aufgeben. Wir sind kurz vor dem Aufgeben. 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Ich konnte diesen Sommer welchen. Das ist Pascal. Licht. Licht. Halt mal. Und das bin ich. Jupp. Jörn. Wir beide haben es geschafft heute. 30 Minuten. Noch irgendwas zu sagen? Noch irgendwas zu sagen? Nein. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Irgendwie schon. Aber ich denke mal, es bringt alles Spaß, was man zu zweit oder in Gruppen macht. Bestimmt. Morgen gibt es wieder irgendwas für uns beide.